Stopp, 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 stopp. Was sind die absoluten No-Gos im Direktkontakt? Der erste wichtigste Ansatz ist, dass du immer höflich bleibst im Direktkontakt. Das heißt, niemals unhöflich zu werden, weil du ja eins bewirken möchtest, nämlich du möchtest bei deinem Gegenüber positiv in Erinnerung bleiben. Und nicht herzugehen und zu sagen, wenn du wüsstest, wer ich bin oder wenn du wüsstest, was ich schon alles verdient habe oder wenn du wüsstest, wer gerade vor dir steht. Das sind alles so Punkte, wo ich immer sage, hey, möchtest du im Gespräch Recht haben oder möchtest du weiterkommen beziehungsweise Ego oder Umsatz? Und ich glaube, du weißt, auf was ich hinaus möchte, nämlich du möchtest in jedem Gespräch bei deinem Gegenüber positiv im Gedächtnis bleiben. Der zweite Ansatz ist, nicht Prinzen suchen, sondern Frösche küssen beziehungsweise das berühmte Schubladendenken einfach mal über Bord zu schmeißen. Die meisten gehen her und sie bewerten, statt sie verwerten. Das heißt, mit anderen Worten, die meisten gehen durchs öffentliche Leben, sehen jemand und sagen vorab schon durch ihre Glaubenssätze, der ist zu groß, der ist zu dick, der ist vielleicht zu dünn, der ist zu erfolgreich, der hat wahrscheinlich schon die Vorannahme, beziehungsweise wenn ich den jetzt gleich anspreche, dann denkt der vielleicht, ich bin schwul etc. pp. Das heißt, geh doch einfach durchs Leben ohne Vorannahmen. Das heißt, du sollst bei jedem Gespräch immer verwerten und nicht bewerten. Das ist ein sehr wichtiger Ansatz. Ein weiterer Weg, den du beachten solltest und ein absolutes No-Go, die Körperhygiene. Du wirst lachen. Wo ich gerade wahrscheinlich das Wort gesagt habe, Körperhygiene, hast du wahrscheinlich gedacht, was will der Mike jetzt von mir? Ganz einfach. Schau, ich habe schon viele erfolgreiche Trainings die letzten Jahre durchführen dürfen. Und eines ist mir immer wieder aufgefallen. Nämlich, es gab immer wieder Menschen, die im Training waren und als wir dann die Ansprache durchgeführt hatten, die zum Beispiel im Wellness- und Lifestyle-Bereich tätig gewesen sind und die dann aber nach kaltem Rauch gerochen haben. Weil stell dir einfach mal vor, als Nichtraucher, du bist unterwegs und dich spricht heute jemand an und der hat vorher noch eine Zigarette gezogen und spricht dann mit dir. Ohne vorab einen Kaugummi reingetan zu haben im Mund, dann weißt du schon, auf was ich hinaus möchte. Nämlich, das ist sehr unangenehm für den Gegenüber. Es sind viele einfache Dinge, aber die einfachen Dinge, die machen es wieder aus, ob du schlussendlich nachher eine Nummer bekommst oder nicht. Des Weiteren, du bist die Visitenkarte. Das heißt, du verkörperst dein Business. Wenn du heute im Wellness- und Lifestyle-Bereich tätig bist und etwas von Gesundheit erzählst, dann verkörpert das doch bitte auch. Also achte auch auf dein Äußeres. Genauso ist es im Bereich Financial Planning oder in anderen Bereichen. Verkörpert doch das, was du verkaufst. Nämlich, du bist das Produkt. Und ein weiterer wichtiger Ansatz ist auch das Thema, zu nah herangehen. Das heißt, wenn du heute einen Direktkontakt durchführst, dann achte immer darauf, dass dein Gegenüber seine Komfortzone beibehält. Das heißt, du sollst nicht zu sehr ihm auf die Pelle rücken, auf gut Deutsch gesagt, sondern versuch immer so eine Handbreite, ich sage immer so ein bis anderthalb Meter Abstand zu halten, dass sich dein Gegenüber in deiner Anwesenheit wohlfühlt. Das sind alles so Punkte, wenn du die in Zukunft wirklich beachtest, dann wirst du sehen, dass der Direktkontakt für dich viel einfacher abläuft und dass du dann bei deinem Gegenüber im Gedächtnis definitiv positiv wohnen bleibst. In diesem Sinne viel Erfolg bei der Umsetzung und bis dann. Wenn dir das Video gefallen hat, wovon ich stark ausgehe, dann abonniere uns, hinterlasse uns einen Daumen hoch, kommentiere das Video und ich glaube, nein, ich weiß es, unter dem Video sind zwei Links, einmal für eine kostenfreie Beratungssession mit uns beziehungsweise mit meiner Wenigkeit und natürlich unser Online-Training und dort erfährst du alles Weitere, was das Ganze mit die Direktkontakte auf sich hat.